So, willkommen zu Folge 21 wieder zurück in der Aufnahme und es geht weiter mit dem Brett auf. Ja, hier, nix da ist hier. Das heißt jetzt mal, wo doch die Sack, halt, nee, da ist ein Rohr, wo man hier springen kann. Sack, und drüber ging es nochmal. Sack, schnell das Brett geschliffen. Och, nee. Geht schlafen, echt. Viel zu spät. Sack, weil ich da aus. Jetzt werden die Hundis hier nicht schlafen gehen, wenn es mal Hunde wehren. Ich würde ja niemals den Mund drum was antun. So, der schläft. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen umgucken, vorsichtig. Aber es war hier mit der Gasmaske, das weiß ich noch. So, na. Jetzt brauche ich hier eine Gasmaske. Komm, jetzt ab. So, jetzt nicht gebraucht wird. Abgesetzt, sehr schön. Ich dachte jetzt nicht, wir hätten die ganze Zeit ohne Gasmaske umdrehen können. Das wäre ein Hassgewinn. Boah, Alter. Macht mich nicht fertig. Ich sehe es schon, ja komm. Würden Leute zu diesem Let's Play Kommentare schreiben können. Jetzt würden uns stehen wieder. Du kack, du. Jetzt keine Gasmaske aufhaben müssen. Jetzt soll so laufen da unten. Jetzt so viel. Hey, Gasmaske, wo bin ich ganz geblieben? Bla 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 bla. Bla. So, ob mich das interessieren würde. So. Nein, so ist es ja nun nicht, aber. Aber wir sind wieder ein Stück vorwärts. So. Ja komm, ich ziehe noch was. Außer der Abgang nach unten zu dem Bibliothekar. Das heißt, wir müssen jetzt immer auf das neue Landdorf. Hier schriftet der falsche Reise. Joa. Schuizkassetten. 1 und 2. Ich hoffe, wir forschen mal gerade eben. Ja, der hat hier um Suche. Macht doch nicht so einen Krach. Der schläft da unten. Der will noch schlafen. Der einen Krachveranstalt nimmt. Der ist ja erhaft. Ja. Und? Lohnt sich. Nee. Ah, die 6. Das war jetzt das Forschungslabor. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe, war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliotheke rauskam. Aber alles hing davon ab. Also, auf nach Sparta. Ja, komm, krieg raus. Ja, komm, krieg raus. Ohne seine Hilfe. Ohne Scheiße. Äh... Doch! ehrlich zu sein hast du etwas gefunden okay steig auf wo geht es denn hin zur kirche klingel ist bei dir wenn du den namen kann er hat uns geholfen dich zu finden ich weiß noch nicht mehr das geschafft macht sie an ich mach sie an ich mach die aus hier ist der erste und bislang einzige menschliche außenposten hier oben spart das aus der basis in der zwischenzeit schaue ich mir mal die dokumente an die du mitgebracht hast wir können einkaufen gehen wie schön mal schauen was er den funk zu überwachen unsere hoffnung war es die regierungsbunker zu kontaktieren aber diese bunker hatte es als erstes erwischt mhm waffen naja ich bin wladimir nimm was immer du brauchst nimm 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 gefällt mir so erstmal die da da haben wir schon eine gute oooh ist das ein traum hier ey ja immer her damit mun 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 nimm mal die jacken mal jetzt wieder oder äh ne ich nimm mal die jacken mal wieder zurück ne frische gasmaske ey noch ein messer scheiße ich kann nur fünf tragen so jetzt überlege ich wir haben hier noch die wahl zwischen dem maschinengewehr oder dem maschinengewehr das war jetzt das beste das war ein schienengewehr das war ein karaschikoff karaschikoff ist immer gut karaschikoff hilft hier so oder so weiter so 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 ich zittere noch immer wenn ich an diese tage denke okay hm hm da sprich vorbei zu ende belauscht oder was ja ein bisschen mehr rüstung wäre jetzt auch grad nicht schlecht aber äh waffen 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 wir haben wir hier alle schon zack hallo tja hallo ich bin auch hier ne so da wollen wir hin gleich ich bin auch schon wieder hier blitzen in der ecke ach verdammt waren die kerzen hey ist das nicht der hallo artyom ich sagte doch wir sehen uns wieder eine hübsche basis die die ranger sich geschaffen haben ich habe gehört dass die polis dir nicht geholfen hat und jetzt die ranger zu die ranger schau dir deinen weg genau an artyom und denke daran wie er enden könnte du ernt ist was du siehst artyom gewalt führt zu gewalt krieg zu krieg und tod bringt nur tod um diesen teufelskreis zu durchbrechen bedarf es mehr als gedankenloses handeln nun artyom ich habe hier schon zu lange geplaudert zeit zu gehen auf wiedersehen danke für die infos ob sie wichtig waren oder nicht werden wir ja noch rausfinden na schon hier ist nicht viel nützliches drin hauptsächlich andeutungen immer reden der weg zu der 6 dann ist das also unser ziel bereit ja wie sieht es aus ullmann ist alles bereit das brennholz ist fertig vladimir die ausrüstung ist bereit und ihre leute bereit dann steigt auf und wieder jetzt dahin jetzt in ihrer kiten basis d6 müssen wir den weg schon mal bestellen das ist das verließ der alten kirche rein und das geht wieder mit dem zug weiter und juhu dunkler tunnel klappernde räder und der geruch des todes so begann unsere reise zu d6 aber unser ziel schien jetzt näher der karte nach führen mehrere wege zu d6 der nächste davon führt durch die gebäude bei der kievskaia das versuchen wir über diese station habe ich seltsame dinge gehört es gab eine explosion im tunnel und viele leute wurden lebendig begraben angeblich haben sie überlebt sind aber keine menschen mehr es soll auch etwas seltsames in diesen tunnels gesichtet worden sein eine art nebel vermutlich natürlich wer würde das auch schon glauben und ladimir hat seine familie in den tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern was passiert ist artyom was ist los artyom 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 Ah. Kannst du aufstellen? Wir kommen an. Juri ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Hölle. Ich krieg hier echt das große. Boris. Schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße. Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Hm. Als ob die nicht kommen würde. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Ach ja, ab nach hinten rausgeguckt. Okay. Okay. Vladimir, such das ganze Programm. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. 3a nach 2d. Ignorieren. Dinosalis. 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 passen das wirklich gerne durchkommt so ist der speicherpunkt an jetzt noch mal das erste diagramme schauen sie hier erst verbinden wir die drähte dann auf mein zeichen dann legen wir die schilderung es ist drei anach 2d ignorieren dino salis an die waffe was auch immer passiert ich werde kämpfen sterben Ja, Feuer hilft doch schon. Der wird jetzt abgefackelt, dass du nicht ganz mehr auf dem Baum rittst. Aber das kommt noch. So, was kannst du dir den Kanister nicht mehr hergehen? Ziehen wir, dass das Ding nicht überhitzt. Das ist eine tolle Klammer, was du überhitzt, ne? Ja, komm. Abgefackelt. Oh, jetzt lasst du dir in Ruhe hier. Oh, kack. So, jetzt ist der Reaktionszeit-Test hier. Oh, schon, Reaktion. Ja, komm. Kommt die anderen bei den Kurs? Ja, komm. Oh, mal, Ringer. Zack, 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 zack. Ja, was würde ich machen? Endlich, das Tor ist auf. Ja, gib Kumi. Ja, was soll das hier sein? Ja, was soll ich machen? Beispiel Kumi. Los, los! Scheiße, so nah. Scheiße, spring nicht an. Na los, Leute. Wir müssen weg hier. Okay, gestartet! Gib Stoff! Gott sei Dank! Oh, das war knapp. Wir haben es geschafft! Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Glück gehabt! Na ja, ob man hier drin auch nicht sein will? Oh, jetzt bin ich drüben! Juhu! Wir haben es geschafft! Ja, schön! Eingekommen! Raffen gezückt! Okay, Jungs! Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße! Ist das hier dunkel? Na dann mal los! Los geht's! So! Na dann! Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturm-Team. Boris und Stepan entdeckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los! Ja, na dann! Los! Los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Legen wir! Warum so heilig oben? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös! Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Ja, große Taten warten auf uns. Aber wir werden das in der nächsten Aufnahme-Runde machen. Nachdem wir jetzt mal schnell ihre Munition gesammelt haben. Schauen wir mal ein bisschen rum. Gucken wir mal. Halt da unten, machen wir's. So! Aber wir machen das nächste Mal dann weiter. Wir sehen uns dann! Also ab zur nächsten Aufnahme-Runde an die Tage. Also, Halt die Pump, Halt die! Euer Asmo! Bis dann! Bis dann!